Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Symbol Symbol Nummer 2 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Auf Landkarten helfen Symbole, wichtige Orte und Geografie leicht zu identifizieren. Auf Landkarten helfen Symbole, wichtige Orte und Geografie leicht zu identifizieren. Auf Landkarten helfen Symbole, wichtige Orte und Geografie leicht zu identifizieren. Verwechsle nicht das Dollarzeichen mit dem Eurozeichen. Die Symbole beziehen sich auf unterschiedliche Währungen. Verwechsle nicht das Dollarzeichen mit dem Eurozeichen. Die Symbole beziehen sich auf unterschiedliche Währungen. Das Ying-Yang-Symbol steht in der chinesischen Philosophie für den Ausgleich von Gegensätzen. Das Ying-Yang-Symbol steht in der chinesischen Philosophie für den Ausgleich von Gegensätzen. Das Ying-Yang-Symbol steht in der chinesischen Philosophie für den Ausgleich von Gegensätzen. Symbole in der Mathematik helfen, komplexe Vorgänge einfach darzustellen. Symbole in der Mathematik helfen, komplexe Vorgänge einfach darzustellen. Die Friedenstaube ist ein weltweit anerkanntes Symbol für Frieden und Harmonie. Und gib uns bitte ein Like. 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 Und gib uns drei Punkte. Und gib uns die Geschichte. tele in der Person hitempf. Vielen Dank.